zu nun bei den Feuerfighters ich spielten der Militischen Kampi Jörg im Klinik aus der ETA bringt was Kohl Pressluft amoren Pressluft am Prozent das drin nichts hier kann ich nicht zu legen ein ein Bett ich töte das Bett das Bett ach ja diesen Gegenstand müssen wir zerlegen das 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 so machte sie ruft mich an wenn er was braucht ich zeige euch auch ihre Wunde müssen und Presslufthammer geben so leute das könnte euer Zimmer sein da zermeißelt er die Bude das sieht schon sauber aus also wenn man größeres zu machen wollt schreibt ein Kommentar Hauptsache wohnt nicht so weit weg tristen die geht da hat sich gerade der Runde Balken, da krieg ich Minuspunkte. Na ihr denkt, wo ich falle runter? Ja, mach ich aber nicht. Oh, wow, wow, wow. Die Hütte bricht. Nein. Ich wollte es auffangen. Ich hab getan, was ich konnte. Ihr habt alle gesehen. Wow. Bam, bam, bam. Oh. Was? Boah, nein, ich bin runtergefallen. Ah, wieder hochrennen, waaaah. 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 Ich bin auf dem Dach. Waaaah. 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 der 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 hat die sie sind und sie erfüllt so freuen frische Wände Schultz eigentlich kein direktes Gameplay einfach nur sinnlos Demolition Campi so war es schon wieder von mir Haut rein